Medienarchiv der Lokifist und der LFZ, Abteilung für Zensur, Gosna, Berlin, Bild- und Tondokumente zur Arbeit der Lokifist und der eher angeschlossenen Verbände. Alle Teilleistungen urheberrechtlich geschützt. Beachten Sie die Hinweise am Schluss des BT-Dokuments. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018